Es passiert mir immer wieder Oh Gott, ja okay, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Deadfall Adventures Ja, diesen kleinen Nazi-Spacken, heizen wir gleich mal die Ärsche ein Oh Gott Hallo du Knecht Die Technik und da bekommt er wieder eine Granate in die Schnauze Boah, da packt er die Skills aus, man So viel zu skillen, okay, was haben wir hier Hallo, ne, hier ist nix Okay Naja, das ist nicht die Einschusswaffe, Alter Die ist ja so belastend Was ist hier? Warum geht hier ein Gang entlang? Okay, sieht nichts aus, das wäre hier noch etwas Das ist ein Generator, oh Alter, das wäre so unnötig gewesen, einfach sich das Upgrade zu kaufen Alter, es kommen schon die nächsten, what the fuck Wie viele gibt's denn von diesen Typen? Wie viele gibt's denn von diesen Typen? Boah, dieses Piepen, das ist ja sowas Äh, okay Was sollen wir jetzt machen? Okay, äh, ja Aha Ich verstehe es bis jetzt immer noch nicht, warum Aufzeichnungen von dieser Mine hier sind Aber man muss ja nicht alles wissen Ach du Scheiße, verpiss dich Okay, ach du Scheiße Boah, ey Die hetzen eher mir den Arsch ein bisschen ein Ach du Kacke Das ist die Einschusswaffe, fuck Ah, schöner Shotgun, das ist mein Stil Ach du Kacke Der hat sich gerade selbst in die Luft gesprengt, oder was? Das ist so geil hier durchzulaufen und die Typen einfach Boah, ey Good win Okay Ach so Das kann man nicht machen Oh Gott Loll Richtig verpackt Haha Und da hinten, ne Oh Gott, hört auf mit dem Scheiß Ist da noch jemand? Okay Naja Es ist Es ist gelöhnungsbedürftig Diese Diese Waffe Schnauze jetzt Mann ey Die ist Die ist ja auch die ganze nur am Meckern Ist Niva Alter Ey Skill Reiner Skill Warte, ich stehe einen Meter vor ihm und er trifft mich nicht Einfach mal so geschmeidig eine Granate hier hinwerfen Ey, jetzt gebt mir mal ne vernünftige Waffe Ich will kommen denn jetzt noch Leute ey Ach du Scheiße Meine Waffe Oh Gott Wo hängt die alte überhaupt ab? Hallo Ey man Jawohl, ne Schöp Okay, keine Schuss mehr Ich wollte die Waffe Ja, lad nach Die Homo Ja, schon verstanden Was bewegt sich hier jetzt? Ey, das ist gerade so richtig verpackt Haha Oh, wir haben schon alles Man kann ihnen keinen Headshot durch das Glas verpassen Das ist doch klar Okay Hm Ist auf der anderen Seite auch noch ein Schalter Okay, dann gehen wir mal hier hoch Ja, hier ist das ganze Terminal Aber was macht man mit dem? Genau Ich habe jetzt eine ganze Armee ausgelöscht Von ihm Und er behauptet Ich muss bezahlen Ich werde bezahlen Genau Dieser Haken hier Was ist Hier hat gerade etwas rot geleuchtet Wurtermein Hilfe Okay Aufpassen Nicht, dass wir hier wieder runter fliegen Das wäre schon Sonst ziemlich scheiße Da hinten Ist da etwas kaputt Schnauze jetzt Gott Alter, die ist aber auch vielleicht lässig Müssen wir ja vielleicht hier hoch Da hinunter? Boah ey Ach du Scheiße Wie wir das einfach überlebt haben Okay So Gucken wir uns jetzt mal hier Hier unten ein bisschen um Ja Was will sie überhaupt Achso, wir verschieben die Brücke damit Alter Wie viele Leute kommen denn in der Sonne Entfickt sich doch Vorsicht Votermein Alter, halt die Schnauze Es bewegt sich aber hier auch gar nichts Komisch Wie können wir das hier aktivieren? Ich habe keinen Plan Okay Es ist zwar jeder schon gestorben Aber wenn er irgendwelche imaginären Freunde hat Dann Sollen sie mir auch recht sein Cool Aber warum bewegt sich dieses Teil da oben nicht? Ich habe keine Ahnung Hm Ey man Ja dann fahren wir halt nochmal hoch Was Warum ist die Dynamit Kann mir irgendetwas zerstören oder so? Man weiß es nicht Gut geworfen Hofi Muss man hier lassen Ich versuche einfach mal irgendetwas zu zerstören Okay Nein damit habe ich nichts bewirkt Okay Man jetzt Oh Gott Genau das TNT-Fell fliegt wieder durch die Wand Und explodiert irgendwo Klar Okay Hat uns das jetzt Das vielleicht gebracht Dass wir hier Das verschieben können Ne oder Probieren wir es mal Könnte ja sein Tut sich nichts Alter Ich bin gerade wirklich Also ich Ich habe gar kein Ich habe gar keinen Plan Wie es weitergehen soll Ja und hier fliegen wir runter Alter Mann Es gibt ja Ich weiß ja nicht mal Wie wir da Welches Teil wir hier verschieben Es tut sich ja gar nichts Okay Keinen Plan Er hat die Türen mit Kisten verbarrikadiert Läuft bei ihm Ey Mann Was hat das zu bedeuten? Es geht um diesen Haken hier Aber es bewegt sich hier gar nichts Okay Hilft uns natürlich weiter Generatoren zu zerstören Ja das war Ist nicht ebel Warum dreht sich das eine schneller als das andere Achso Hier ist ein zweites Okay Gott wenn er nicht die ganze Zeit Seine Fresse aufmacht Läuft mich Aber wie können wir dieses Teil hier aktivieren? Ich stehe gerade echt an Ach du Kacke Das ist mein Königreich Oh Gott Es tut sich gar nichts hier in diesem Raum Diese Teile haben sich vorhin schon bewegt oder? Okay Okay Yo Junge What's up? Okay Man muss drauf bleiben Ihr wollt mich doch verarschen oder? Alter Alter Bis dass man diesen Shit mal herausfindet Gott Was müssen wir jetzt überhaupt machen? Keinen Plan Keinen Plan Lol alter ey Was machen wir jetzt überhaupt? Wartet Wir gehen jetzt nochmal rüber zu dem anderen Alter 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 Achso